Herzlich willkommen zu diesem Video zur ACMP-Abfrageverwaltung. Mit der Abfrageverwaltung können Sie ganz einfach sich alle benötigten Informationen von Ihren Rechnern anzeigen lassen. Abfragen werden standardmäßig erstmal im rechten Bereich geöffnet. Per Drag & Drop kann ich nun Abfragen vom Hauptfenster lösen oder die auch wieder ans Hauptfenster andocken. Je nach Szenario kann es natürlich Sinn machen, Abfragen an- oder abzudocken. Für neue Felder gehe ich einfach unter den Tab Felder, suche entweder, wenn ich schon weiß, wo das Feld ist, in der jeweiligen Kategorie nach dem Feld oder was natürlich auch geht, ich habe ein Suchfenster, suchen wir zum Beispiel mal nach dem CPU-Namen, werden mir die Felder rausgefüllt hat, ich ziehe sie wieder per Drag & Drop rüber, aktualisiere und schon hätte ich auch diese Informationen in meiner Abfrage angezeigt. Als weitere Bearbeitungsmöglichkeit kann man natürlich auch Sortierungen durchführen, wenn man auf eine Spalte klickt. Ich kann durch einen Doppelklick auf ein Element die kleinen Details öffnen. Die kleinen Details sind immer alle Informationen zu den einzelnen Clients, zum Beispiel hier zu einem HP ProDesk, wo ich mir auch noch mal die CPU im Detail anschauen kann. Ich habe Informationen natürlich auch über andere Hardware-Komponenten, Windows-Informationen, Windows 10 ist dort installiert in der 1607. Ich kann natürlich jetzt hier in so einer Abfrage vielleicht auch mal mehr auswerten lassen, wie viele Betriebssysteme habe ich von der jeweiligen Art. Habe ich jetzt hier siebenmal das Windows 10, kann diese Gruppierung auch wieder rückgängig machen per Drag & Drop, also das ist alles hier über die Maus zu bedienen, kann das Ganze abspeichern, schließen und jedes Mal, wenn ich jetzt meine Abfrage aufmache, sind auch diese Gruppierungen und Sortierungen dann vorhanden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei weiteren Fragen, wenn Sie sich bitte an Ihren ACMP-Vertriebspartner. Vielen Dank.